Hallo Leute und Willkommen zu einem neuen Video von What the Redemption und einem neuen Live-Stream von What the Redemption. Ich glaub das hier, was ich wieder eingeschalten hab. Der letzte Team ist glaub ich schon auf What the Redemption ist ne Woche her. Also, glaub ich, lang her. Aber Leute, wir machen voll weiter. Und zwar will ich noch mal was sagen. Es wird, wir werden kein 100% One mehr machen. Was jedoch, und was ich gemerkt hab, dass ich die Motive Lust hatte. Ich hab ja schon gesagt, mach mal, weil ich wirklich Lust hatte, aber... ...eine Ochen Nummer bedeutet, es ist ein Go-Run. Aber bald kommt noch ein Ander-Nachmehr und wird der Redemption frei, der nicht von mir kommt. Okay, gut. Wir gehen mal zu Nigel West Dickens ... ... und mit dem den... Ich weiß nicht, ob ich falsch ... ...ja, keine Wesen, aber ... ...ja. ... ... und ich kann dir sagen mit keinem Selbstverständnis, dass Mirakle-Kurier hier kein Lachen-Matter. Ich wünsch dir einen guten Tag, Sir! Ah! 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 Ich bin gut, Herr... Herr West Dickens, Nigel West Dickens, von East Sheep, London, New Waverly, New York, und Armadillo, New Austin. Auf Ihrem Service. Auf meinem Service? Auf jeder Service. Auf der Service der Wissenschaft, der Wissen, der Leben. Wie sind deine Schmerzen? Oh, viel besser. Aber dann würden sie... Ja, wäre... Ich weiß eine Verkaufnahme für alle Schmerzen, Herr Marston. Ah, ich bin sicher, dass du. Und ich bin sicher, für nur zwei Dollar ein oz, kann ich immer noch leben. Oh, aber für dich, Herr, würde ich eine Schmerzenbewertung von 1.95 Uhr ein oz, sobald du 100 oz oder mehr achten. Das ist eine Menge Immortalität. Oh, mach es, Herr West Dickens. Das ist Herr West Dickens für dich, Junge. Okay? Give it up, old man. Um, listen, Marston, I'm broke, but this stuff is good. It works. I need a healthy young man like you. Come along, let's ride over to my newest customer at Ridgewood and I'll explain while we go. Okay. To Ridgewood Farm, the sick and needy await us. Oh, the life of a wandering savor of souls. Okay. I heard about you, Mr. West Dickens. And I about you, John Carston. Hood week in the week, gullible out of their hard-earned money. My dear Coy, it is you who is gullible if I may be so bold for heeding such ill-informed scumblepots. You're as full of wind as a horse with a cud. I have been blessed with the gift of language. And for that, I will not apologize. But the West Dickens elixers speak for themselves. My thousands of happy customers attest to that. If my tonic is such a sham, how do you explain the fine battle in which you find me? Last time you saw me, I was knocking at death door. You should thank the doctor for that. And I reckon you were acting it up worse than it was. Act like that, John. A more convincing propeller there has never been. And so shall you a fair Thiago or Cassio make it. Stay out of the room! We're going to destroy the merchandise! I don't like the sound of this. For the love of God, try to stay on the road! Showmanship, John. The floor is ready in a competitive marketplace. Our product must stand out! And how does this involve me? We're going to use your God-given talents to do our advantage. I'm really starting to regret this. I'll be able to walk to the outskirts of Ridgewood. That way, it won't look like we came together. Once I'm set up, saunter nonchalop in the cloud and it'll surely fall. Eventually, we'll call you up to try my time. After strolling the virtues, I will have you perform a few beats of wonder to your maze and impress the paying public. Best you alight here, dear boy, so no one sees us arriving together. See you shortly, and remember, showmanship! Whoa. No doubts. Yeah! Good to see you all, my friends! Prepare to be a ma- , and join us! Not going to die! Not going to die! Oh? But, not going to die! When it comes to the end of this episode, it's gonna die! Ich habe mir mehr Bild. Der Bänder kam nicht aus. Der Bruder ist auch so süß. Die她ben hier aber auch eine Art Lepp. Und hier gibt es einen Daub-W הסlamm. Wann wenn ich mich zum fest auf meine Halshebe? Nein, das ist nicht klar. Jetzt klickt mich schon, was die Furchts избeneinander... Das ist ja hier mal. Chronic, sciatic, neurologic, or inflammatory pain? Well, I represent the only company that makes the genuine article that cures headaches, neuralgia, earache, toothaches, backache, swelling, sprains, sore chest, swelling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality. Well, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of its body. Take a drink right now. You, sir, come up here. Step right up. That's the spirit. Ladies and gentlemen, pay close attention. This poor, wretched volunteer, entirely unknown to me, will demonstrate the effects of Dr. West Dickens' own patent tonic. Be you a cowpoke or athlete, this miraculous elixir developed with the wisdom of the East keeps the muscles supple and relaxes the cords. It loosens the joints and gives a feeling of youth and vigor to the whole system. Not possible, I hear you say. Well, doubt no longer. Faith can move mountains. But I ask not for faith. I am a man of science. And today, science will be vindicated. Your eyesight is greatly improved. Is that not so, friend? If you say so. That's right, it is. You heard him. What a good sport you are, sir. Now, gaze over yonder at that porch. If you squint, you may just be able to make out the skull that's hanging there. Go ahead, friend. Shoot that skull and demonstrate the miraculous eyesight you now possess. Remarkable! The eyesight of an eagle. Granted by imbibing Dr. West Dickens' own patent tonic. Anybody can make that shot. This man is a fraud. If your eye is so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads. You can fool these people, but you ain't fooling me. Right. Let's just see how sharp you is with a moving target. Get ready to shoot that hat. See? That tonic! Have you ever seen such an eye? Behold the power of the elixir! Look out of the sky! Hey! Hey! What? You think you can put a hole in a man's hat and just walk away, do you? They ain't don't work like that right here, mister. Come on! Are you a man or not? A challenge of battle has been offered to our volunteers. Look at him! The tonic is coursing through his veins! Tell me where you want it! Behold the miracle tonic! There it is, skeptics and dissenters! Do not let this opportunity pass you by! Look, he's over there. Go get it! This ends now! Watch out! He's got a gun! Who the hell do you think you are? You ain't leaving here alive! Marvelous shot, dear boy! The kind of deadly accuracy that can only be afforded by the West Dickens elixir! Come! I have plenty for all! You'll be fine! Get out of my way! Hey! Where are you going? I want a bottle! Get me a bottle, please! One of them, right there! Yeah, no harm in trying one bottle, I suppose. Well, I think that went kind of well, don't you? I'm just glad that my normal job involves either chasing after cattle or murderers. Not the likes of you, mister. Don't be like that! Now, if you'll excuse me, I'd like to say my goodbyes and head on back to the real world. Wait, sir. I've been thinking about your predicament. And I think I may have an idea. I've been thinking I could be your cunning Odysseus. It's bearing gifts, sir. Williamson had better beware. We will make them into Trojans. I don't rightly get you. I want you to go and see my old friend, Seth. He can come across as a little curious. But I'm sure you, too, will get on. He's most often found at Coutts Chapel. He's very devout. Why see him? Because between him and me, we can get those gates to open for you, and you can walk right in, just like in Homer's great Trojan Yarn! But I didn't get ready for you by the way. Why? Come back. Why do you of to show those Deshalb so I'm sure that these people двеers innards on your Fox. You tell them all love the Way. dann muss man immer marsche auf eine armadillo ja 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 Oh, okay. um also ich muss sagen obwohl ich glaube ich weiß über welchen missionen kommt ja okay auch zum marsch ich weiß es sind wir hier wollen wir machen es auch nicht nicht speziell ich weiß ich habe eine Mission aber jetzt brauche ich noch eine andere warum? was ist passiert? wir hatten dieses Problem für Monate mit diesem gruppe Bandits die getrunken und murderern Settlers letzte Nacht haben sie zu einem großen Ort neben der Ridgewood sie verraten das Ort, die die Menschen, verraten die Menschen und verraten die Frauen die Frauen verraten ihre Hände. einer von ihnen überlebt und kam in hier heute Morgen Anyway, we got a posse gathering up near Ridgewood. Will you ride with us? All right. Thank you, John Marston. It's gonna be a bloody job. Huh. I don't think I know any other kinds, sir. Hey, wait up! Let's hit the breeze, boys. Marston, I hear you caught up with Mr. West Dickens. I did. For a man who claims to have found a remedy to all ailments, he was in pretty bad shape. His tonic has helped a great many people. It's a medical breakthrough from the East, the result of years of research. If only it could cure him of his diarrhea of the mouth. I wouldn't be so dismissive of science if I was you. Times is changing fast. He's no more a scientist than I am a priest. But people can spend their hard-earned money however they please. He's certainly a character, that West Dickens. I can't understand the goddamn word he said. A more flannel-mouthed bunko artist I've never met. Look, cultures. Might just be a dead critter. Marston, take a look. Eli, you too. Ain't no survivors here, Marshal. Man, this don't look too good. Also, we have found a man in this one. Unsere Mönche, so wie gesagt. Das war einfach mal Übungen zu werden. Whatever they would dance. Wir haben viel Blut. Der Mann bekommt mehr Verrückte, wenn er Angst hat. Ich kann noch mehr Völkern nach vorne sehen. Gott verdammt. Komm schon, wir schauen uns. Los geht's! Der Trail liegt für Ridgewood Farm. Komm schon, los geht's! Sonne von B****! Wir haben noch ein paar Barschen. Ja, aber nicht so. Es war nicht unsere Weg. Es war nicht meine Weg. Bögen und sieben sind nicht richtig, Junge. Es ist egal, wie du es aufhörst. Es ist ordentlich durch eine Art von der Verordnung. Los geht's! Los geht's! Los geht's! Es ist klar, Marshal! Keine Person hier! Es war nicht so. Es war ein Verstieg! Enth Strahlung! Es war nicht so. Es war nicht so. Es war nicht so. Please, please don't shoot me! Some bandits came by and took us hostage. They're holed up in the farmhouse. Some of my family is being kept hostage inside. This has gone far enough. Get into that house and smoke those sons of bitches! You can still run away! Who else wants to go? I see him! We need to get into that house right now! Yee-haw! You're gonna die! Oh, hell! Ain't you a pretty little thing? I'm back. Make a run for it when it's clear. Ren, you got a yellow streak of mine? Oh, thank God! Myห! We're gonna die! Wow! You're gonna be alright! Head for the shed in the back as soon as it looks clear! Thank you! They said they were gonna kill us all! I am the wrong! Looks all clear, fellas! Let's check up on the farmer! I can't see him long! I can't see him long. What? Untertitelung des ZDF, 2020 Die resten uns müssen mit unseren Leben beteiligen. Ja... Was ist falsch mit diesem Land? Entschuldigung, Männer. Der Mann, der der Böse tönt, bekommt 50 Dollar. Das ist nicht mit dem Geld, Marshal. Das sind die Menschen's Leben. Die Menschen's Homes. Entschuldigung, Leute. Wir müssen nach diesen Bandits gehen. Hurry, Leute. Wir gehen nach sie. Komm schon! Wir gehen nach Fort Mercer, Marshal. Was? Was? Vielleicht, das ist die Handwerke. Es macht Sinn, wenn sie diese Reise nicht verletzen. Komm schon, Marshal. Das wäre unsere Chance. Was ist das für die Worte? Komm schon, Marshal. Das wäre unsere Chance. Wir sagen, dass er eine Kugel in einer komplikationen Transaktion. Was du mit der Worte? Was bist du mit? Was ist das für die Menschen? Einige Menschen? Ich habe das Leidenschaft von wissen. Was ist das für die Menschen? Was ist das für die Menschen? Was ist das für die Menschen? Wir sind in einer Kugel zusammen. Es war wie eine Familie. Wenn du das wie deine Familie verletzt hast, ich liebe dich zu sehen, was du mit deinen Schwestern machen kannst. Das war ein Jahrzehnt. Das war ein Jahrzehnt. Das war ein Jahrzehnt. Das war ein Jahrzehnt. Er hat mich bei mir... Was ist jemanden auf der Kugel? Das war ein Jahrzehnt. Das war ein Jahrzehnt. Das war ein Jahrzehnt. Das war ein Jahrzehnt. Ich hab die Hände auf denen Gästen. Die Schwestern. Das war ein Jahrzehnt. Oh für was sie gemacht haben Du wirst wirklich sterben? Du wirst wirklich sterben? Der nächste Mal, du wirst du weg. Hey! Schau mal was ich hier habe! Es gibt noch etwas, was du still respirierst! Komm hier, Boi! Komm, Bessie, gib! Normandieke! Fuck! Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is gonna help us get the bill. Ain't you, Norman? Thank you, Mr. Deke. Mighty kind. Fuck you! Hog time! Let's get him to jail.